So ein Haar ist schon. Schon siehst du sie jetzt, Papa? Ja, ja, siehst du es schon. Was noch, als wir es anscheinend im Box gesehen haben, was eine kleine Lawine gemacht hat? Ja. Welches ist eigentlich das Obermännchen? Ich glaube der linke auch. Ich glaube ja, weil der hat die drehste Hörner. Ja. Der, was die fettesten Hörner hat. Der da, ganz links der. Der da, ja. Oder der da ganz unten. Schau, Papa. Aber der muss auf jeden aufpassen. Ja, Papa. Der hat Glavino-Greisere Hörner. Nei, der ja. Der was die fettesten Hörner hat. Oder der, was jetzt aufschießt. Nei. Der was die fettesten Hörner hat. Ja. 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 Der was die ganze Zeit aufs Klo macht. Das ist das Glavino. Schau mal, der da unten. Der hat, glaube ich, die Gräschen hier unten. Der, was ganz rechts ist, eins weiter links. Oh, Papa. Das ist das Obermännchen, glaube ich. Oh, das ist auch. Zwei Obermännchen. Das ist eine Frau. Das sind alles Mandeln. Stornbäcke, das sind die Rudel-Mandeln zusammen. Das sind alles Mandeln so weit oben. Wo sind dann die Damen? Das haben wir gerade junge, nicht? Das sagen wir die junge.